Der TSV Steinbach-Haiger grüßt von der Tabellenspitze aus der Regionalliga Südwest. Heute eine ganz wichtige Pflichtaufgabe bei der U23 des FSV Mainz. 05 unter der Woche unterlag Steinbach überraschenderweise mit 2 zu 0 beim VfB Stuttgart 2. Vor diesem Spieltag ist man auf Platz 1, hat allerdings nur einen Punkt Vorsprung vor der Zweitvertretung des SC Freiburg, die allerdings auch noch ein Spiel weniger absolviert haben. Insofern ist der Druck da für die Mannschaft von Adrian Alipur. Hat der TSV die Konstanz um den Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen? Rein ins Spiel. Die 05 war in den roten Trikots. Der TSV ganz in weiß von links nach rechts in den ersten 45 Minuten. Die erste Möglichkeit hat der Tabellenführer die Ablage und der Abschluss von Christian Merz. Der Ball geht deutlich über den Kasten. Trotzdem der TSV ist da, ist hellwach. Aber auch der FSV Mainz 05 weiß ich hier spielerisch auszuzeichnen. Starke Kombination und dann ist da ein Riesenloch in der Mitte. Der Ball kommt zu Suleimani Mustafa. Und der prüft Raphael Kochoa im Kasten des TSV. Die 05 wirken topfit, sehr dynamisch im Angriffsspiel. Das Hinspiel konnte der TSV Steinbach souverän mit 2 zu 0 für sich entscheiden. Hier und heute ist es ein anderes Fußballspiel. Stefan Fürstner mit dem nächsten Abschluss für die Mainzer. Wir schreiben die 26. Spielminute. Der TSV mit einer kurz ausgeführten Ecke. Der Ball kommt rein. Christian Merz. Sascha Marquet macht den Ball scharf. Und dann ist Sören Eismann da. Die Führung. Viertes Saisontor für den Mann im defensiven Mittelfeld. Er rennt gleich zu seinem Trainer Adrian Alipur. Das ist eine verschworene Einheit hier auf dem Feld. Sascha Marquet mit dem Assist. Toller Kopfball. Sören Eismann schaltet am schnellsten. Der Mann hat schon 82 Spiele in der dritten Liga gemacht. Insofern hätten sie Erfahrungen für die kommende Spielzeit. Die Mainzer versuchen eine Antwort zu finden und Raphael Kochoa hat Probleme bei diesem Schuss. Suleiman Mustafa, auffälligster Spieler in der Offensive. Der Ball wäre beinahe drin gewesen. Die Ecke wird auch gefährlich. Und schulde Proteste. Der Ball war wohl an der Hand und wir können das hier nicht eindeutig belegen. Eine knifflige Szene für Schiedsrichter Timo Lemble, der meiner Ansicht nach alles richtig macht und hier nicht auf den Punkt zeigt. Zur Pause die Führung für den TSV. Alles läuft nach Plan für die Mannschaft von Adrian Alipur, könnte man meinen. Und auch in Hälfte 2 hat der TSV gute Chancen. Dieser Abschluss von Kevin Lahn. Da war natürlich viel mehr drin. Da hat er so viel Platz. Es fehlt heute die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Das kann man sehen. Die Mainzer verteidigen das sehr diszipliniert. Stehen sehr gut. Und somit ist die Partie noch völlig offen. Wir schreiben die 95. Spielminute. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Und dann diese Szene. War es ein Foulspiel? Schiedsrichter Timo Lemble zeigt auf den Punkt und ist sich ganz, ganz sicher. Ungläubige Blicke beim TSV Steinbach-Haiger. Das ist natürlich verdammt schwer zu entscheiden. Ich gehe mal davon aus, dass Timo Lemble einen besseren Blick darauf hatte als wir. Insofern gehe ich mit dem Schiedsrichter. Du kannst den Elfmeter geben, denn Sascha Strujic trifft da alles, nur nicht den Ball. Insofern eine vertretbare Entscheidung. Paul Nebel, U19-Nationalspieler, tritt an und hat die Möglichkeit und macht den Ball rein. Ganz, ganz cool. Flach rechts unten. Keine Chance für Raphael Cochor. Und danach ist die Partie beendet. Was für ein Finish der Jungs vom Bruchweg. Steinbach strauchelt also auch bei der Zweitvertretung des FSV Mainz 05 und geht nur mit einem Punkt nach Hause. Wir hören den Trainer Adrian Alipur. Wir haben leider Gottes, warum auch immer, uns hinten reinfallen lassen. Wenn du dich hinten reinfallen lässt, hat der Gegner automatisch auch mehr Ballbesitz. Wenn du mehr Ballbesitz hast, dann kommst du auch vielleicht zu mehr Selbstvertrauen. Und ohne dass der Gegner jetzt großartig zwingend war oder wir die Torschaußen zugelassen haben, haben wir uns hinten rein drängen lassen. Das ist total ärgerlich gewesen. Wir haben dreimal dann aus absolut aussichtsreicher, aus 5 und 7 Metern Position, haben wir es verpasst, das 2-0 zu machen. Und ja, mit dem... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum der Schiedsrichter fünf Minuten nachspielen lässt. Ich habe keine Ahnung. Es gab keine Verletzungspause, großartig, die wer weiß, wie lange gedauert hat. Trotzdem zeigt er fünf Minuten an, was Wahnsinn ist. Und ja, fünfeinhalb Minuten nach der 90. kriegst du dann halt einen Elfmeter. Und ja, so fährst du dann halt mit einem Punkt nach Hause. Ich bin immer noch total fassungslos und auch super verärgert. Der Ärger ist absolut verständlich, denn durch dieses Ergebnis springt die zweite Mannschaft des SC Freiburg wieder auf Platz 1. Der TSV ist also nur noch Zweiter. Es wird ein langer Weg noch bis zum Aufstieg. Trotzdem Respekt an die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05, die hier ein ganz, ganz tolles Fußballspiel abgeliefert hat.